Musik Weil ich das Vergnügen habe, die FC Bayern Erlebniswelt hier zu repräsentieren, ein bisschen anzuschieben. Wir haben letztes Jahr im Mai dieses zeitgemäße Museum, die wir Erlebniswelt nennen, in der Lernserien eröffnet und haben nach zehn Monaten ca. 100.000 Besucher mittlerweile schon. Aber der FC Bayern will natürlich immer ein bisschen mehr, wie bei den Titeln, die wir gewinnen. Und so sind wir hier in dieser wunderbaren Bayernhalle, um das Ganze immer ein bisschen anzuschieben. Untertitelung des ZDF, 2020